Macher Check erklärt sich selbst. Joé. Meine Verehrung und herzlich willkommen bei Macher Check erklärt sich selbst. Der Wiener Wohnbalkon ist mittlerweile in aller Munde, das Video dazu auch. Die Anmeldungen häufen sich und wir sagen Danke. Danke an treue Kundinnen und Kunden. Danke an das formidable Videoteam. Das uns da geholfen hat. Ganz speziell möchte ich da erwähnen die Hanna, die Schauspielerin, die dem Ganzen noch den gewissen Charme und Esprit verliehen hat, dass das Ganze so weg geht wie die sprichwörtlichen Wormannsemmeln. Vielen, vielen Dank. Danke. 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 Vielen Dank.